hi freunde und herzlich willkommen hier war archi gaming flo wieder am start heute gibt es weiteres quad belie challenge es ist freitag ist kurz nach 19 uhr und wir starten rein ins ultimate team ihr seht es einmal und zwar hier vier tage und 23 stunden verbleibend daher fängt die neue promo an sie heißt summer heat ja interessant auf jeden fall dass in fünf tagen beginnt heißt am mittwoch also mitten in der woche fängt da einfach eine neue promo an heute das ultimativen team of the season ich hoffte auf eine ultimative team of the season garantie spc vielleicht habt ihr alle mitbekommen und zwar ist sie jetzt endlich im code mit drinne ja der code ist davon released worden kommt sie vielleicht morgen kommt sie übermorgen wann kommt sie das ist jetzt die große große frage ich war eben schon live bei twitch habe eigentlich gehofft dass wir gemeinsam packs öffnen können ja unter anderem dann hierfür das video mindestens schon mal fünf packs gemeinsam im video öffnen können das ist nicht der fall denn heute ist eine gewisse squad-building-challenge rausgekommen ihr seht es im titel ihr seht es im thumbnail bevor wir rein starten in diese squad-building-challenge könnt ihr gerne das video supporten mit einem daumen nach oben 300 likes gebe ich heute wieder als tier aus ihr wisst bescheid support ist kein mord lasst doch gerne eure meinung zu der spc da ab dem oder seit dem 10.6 ist oben keine abstimmung mehr zu finden das hat youtube ausgestellt insofern ist es jetzt doppelt wichtig dass ihr einen kommentar hinterlasst mit eurer meinung ich will nicht nur wissen lohnt es die spc in ja oder nein sondern am liebsten auch noch eine begründung warum ja und warum bedeutet das für euch dass die die spc nicht lohnt also schreibt mir rein ja oder nein lohnt die spc von silva um die geht es mir heute um diese spc und falls ihr generell keinen weiteren content mehr in bezüge auf spc verpassen wollt könnt ihr gerne die glocke aktivieren um keine weiteren videos mehr hier auf dem kanal zu verpassen ja und eigentlich wie gesagt habe ich auf die garantierte ultimativen team of the season spc mich gefreut dass wir sie heute angreifen können ist leider heute nicht rausgekommen ja das ist ein bisschen schade denn ihr seht immer noch denn links und co und so weiter sind hier da aber nicht die ultimative team of the season spc sondern wir haben in david silva und zwar mit david silva normal der zwei tage geht und wir haben david silva premium spc jetzt ist aber nicht so dass es wie damals diese flashback premium spcs die ohne zeitablauf sind sondern ihr seht es hier sie sechs tage verbleiben eine woche die david silva premium spc und da ist es feiere david silvers karriere bei den citizens mit einer premium spc version ja und dann haben wir hier links auf der seite genau die gleiche beschreibung zwei tage verbleiben das nun in anführungsstrichen nur eine 94 geradete z-form karte schauen uns alles im detail an falls ihr das format lohnt sich die spc noch nicht kennt wir gehen gleich rein in die spcs gucken uns an lohnt die sich wir gucken uns auch an was bringt die karte mit wir springen dann anschließend rüber zu futbin gucken uns im detailnummer an was zum chemistry passt da passt drauf ich zeige euch separat die squad building challenges und ihr seht ja schon mal eine sache hier und zwar wir müssen tatsächlich nur ein segment abgeben für die 94 david silvers pc ich bin gespannt was da für ein rating am start ist weiß ich persönlich jetzt noch nicht und bei der premium spc müssen wir drei segmente abgeben also bin ich mehr als gespannt was die karten jeweils hergeben was wir schon mal im vergleich sehen können hier ist ein spielerbild am start bei der 97er version und hier bei der 94er version kein spielerbild ja also das schon mal die erste auffälligkeit fangen wir an was bringt der gute man eigentlich mit und da fangen wir an natürlich mit seiner spieler bio 1 73 groß hochmittel sind seine arbeitsraten für offensiv männer meiner meinung nach top arbeitsraten hochmittel oder hoch gering zu haben immer sehr sehr nice er bringt mit insgesamt sieben sterne vier sterne spezialbewegung und drei sterne schwacher fuß drei sterne schwacher fuß könnten langfristig ein bisschen nerven muss man ganz klar sagen mal gucken ob das irgendwie geupgradet worden ist in bezug auf die 97er karte die wir uns dann gleich gemeinsam anschauen zu den links kann man jetzt schon mal vorweg sagen gucken uns gleich über futbin auch noch mal im detail an spani links ja da gibt es haben mehr als genug city link die da mitbringt also link bar und premier liegt dann auch noch ist der auf jeden fall das sollte keine probleme geben ja und dann haben wir die attributen details und da sehen wir schon 85er tempo am start interessante aufteilung wie ich finde 90er antritt und 79er sprint geschwindigkeit mal gucken wie das gleich mit dem campstyle aussieht richtig geiler schuss für einen zom schuss 99er stellungsspiel sehr sehr nice 98er volle ist auch das mega nice passspiel 95er passspiel mit 98 übersicht und 99er kurzer pass was ist das bitte für eine kranke karte und guckt euch mal diese ausgeglichenen dribbling stats an mit einem 99er ruhe wert das ist einfach nur krass ausdauer liegt bei 87 also das ist auf jeden fall eine monster karte ich bin gespannt was der eine squad hier von uns verlangt und dann bringt er mit angeschnittenen schuss und flair die beiden komponenten für das ultimate team das doch auf jeden fall schon mal richtig richtig geile geschichte ich bin gespannt was der erste squad von uns fordert 86er graden der squad tatsächlich genau wie gestern die deluxe team of the season spcs jungs ein premier spieler oder liga spieler abgeben 86er graden squad und 50 team schmie ganz ehrlich wir haben uns die karte eben angeschaut meiner meinung nach kein schlechter tausch ja 86er graden spc für eine 94er relativ geile karte ja nur sieben sterne die er da insgesamt mitbringt arbeitsraten sind aber top und die werte sprechen meiner meinung nach auch für sich schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare das traurige ist halt hier bekommt keine packs zurück ja und dann gehen wir rüber zu der premium spc von david silber da bin ich ja mal gespannt was wir da abgeben müssen und gucken uns aber jetzt erstmal die karte an und zwar fangen wieder an mit der spieler bio leider wie nur sieben sterne hochmittel arbeitsraten sind natürlich auch gleich genau wie links und da haben wir schon mal besseren tempo aufteilung mit 96er antritt und 85er sprint geschwindigkeit wenn wieder ein geiles stellung spiel mit 99 logischerweise am start der schuss ist halt bombastisch jungs übersicht auf 99 kurzer pass auf 99 langer pass auf 93 99er dribbling guckt euch mal diese dribbling werte an jungs 93 ausdauer was ist denn das mit der kranke karte oh mein gott jungs stellt euch ja mal vor wenn der vier sterne vier sterne hätte oh mein gott und abfahrt mindestens vier stellen vier stellen was wäre das für eine geile spc leider nur eine woche verbleibend was ich direkt schon vorweg einfach negativ hier erwähnen möchte kommt bei mir auf jeden fall auf die negative seite weil warum es ist es ist der 12 6 2020 jungs das habe ich gestern schon gesagt es ist das ende von fifi im endeffekt ja auch wenn jetzt am mittwoch eine neue promo startet mal gucken was da release wird was da an informationen rauskommt gucken uns gleich über footbild mal genauer an ob da neue details draußen sind über twitter aber macht sie doch einfach zeitlos die spc macht sie doch zeitlos ja wir haben jetzt in der woche zeit aber ich bin gespannt was sie abgeben müssen also gucken wir uns das hier mal an 83 greater squad top das schon mal nice 80 team schmie oh mein gott das ist sogar sehr geil 85 greater squad 70 team schmie und ein team of the season 2 fahrspieler plus ein spanier und dann noch ein 86er mitten im team of the season und 60 team schmie wenn das jetzt hier ein 84er greater squad wäre wäre es vielleicht und ohne team of the season wäre das noch in die richtig geile geschichte würde ich sagen ja aber dann habe wieder drei untradable packs auch das wieder so ein punkt für mich warum mir warum bitte ja aber zur karte selbst ihr habt sie gerade gesehen ihr habt die alter was ist das bitte für guckt euch die attribute details an da muss man doch nichts mehr zu sagen die sprechen doch für sich oder nicht also das finde ich auf jeden fall die werte sprechen definitiv definitiv für sich da muss ich gar nichts mehr zu sagen ich bin gespannt auf eure meinung zu dieser spc vielleicht können wir mich auch überreden eine von dieser spc ist auf jeden fall abzuschließen geht ihr eher auf die eine oder auf die andere spc macht ihr vielleicht gar keine squad building challenge von den beiden schreibt es ja wie gesagt sehr sehr gerne in die kommentare bin gespannt was jetzt auch zur neuen promo dann rauskommt an sachen also das ist auf jeden fall mega mega nice dass aber die einzige squad building challenge die tatsächlich heute rausgekommen ist und das heißt für uns wir springen mal eben rüber und zwar zu futbin und co heißt futbin und co natürlich dass wir auch mal kurz und wie gesagt die esboss die seite anschauen und da sehen wir es 17 juni in fünf tagen die samuel spc nicht spc sondern das ist samuel festival beziehungsweise ja sieht so ein bisschen holi festival aus ja erinnert ein bisschen daran vom design her auf jeden fall die seien es bin ich gespannt wie die karten noch aussehen also sieht schon mal sehr sehr geil aus und bin gespannt was die promo mit sich bringt generell steht ja noch nichts neues an verboten informationen insofern bin ich mal gespannt erst mal wie lang die promo natürlich geht ja das wäre natürlich ganz ganz wichtig zu und zu und ja was was die phase beinhaltet ja also welche wegen länger an der konsole seien in fifa drin oder wie sieht das ganze aus ihr werdet wahrscheinlich auch drei informiert sein und dann haben wir die end auf dem era spc david silva tatsächlich also neue stuart jürgen ist der ryan end of an era spc in primo spc david silva all bei den benauern put 20 also zum ende seiner karriere david silva mit der spc hier am start meiner meinung nach auf jeden fall richtig geile karten und jetzt gucken wir uns nur im detail an wie das ganze hier bei futbin aussieht haben wir die beiden karten am start perfekt also sonst heute nichts neues rausgekommen und die spcs mal gucken was sagt ihr futbin negativ tatsächlich zu der zwei tage spc warum ist das zu matt ist das zu matt jungs oder es ist einfach nur ein bisschen komisch gewertet und die 60 prozent daumen nach oben da habe ich mal gespannt da bin ich mal gespannt welche spc ihr eher feilt die prima spc oder die david silva spc was sagt ihr zu den anträglichen packs und so weiter und so fort schreibt sehr sehr gerne sehr 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 gerne in die kommentare vier sternen drei sternen zeit ich traurig was hat auch seine base karte immerhin weekwood upgrade ein hat er dazu bekommen immerhin ist der week und nicht bei zwei sternen geblieben hat immerhin jungs immerhin ist da ein bisschen was dazugekommen so muss man das ganze da auf jeden fall gesehen hat dass das haut mich halt um die dribbling stets wir gucken mal die beiden karten im vergleich an das könnte auch interessant sein sechs pace obendrauf vier stelle vier schuss drei passen drei dribbling es ist wirklich nicht wirklich viel ja aber physisch fünf und tempo sechs das macht natürlich in anführungsstrichen den größten unterschied schwierige entscheidung ich wüsste jetzt gerade gar nicht auf welche ich gehen soll von den beiden squad berlin challenges weil ich finde beide karten sehr sehr geil muss ich ganz sagen mit dem hawk guckt euch das hat 97 97 z m ich würde interessieren ob ich mich die drei sternen wie vor tatsächlich so wirklich nerven kosten im endeffekt aber tempo mäßig habt ihr eigentlich gar kein problem der engine sieht auch schon heiß aus auch auf der anderen karte jetzt beispielsweise ein hawk drauf tempo mäßig reicht das ja aus hunter sagen hier einige warum jungs ganz ehrlich warum z m so viel tempo naja ich weiß nicht hunter wirklich ein hunter für den z m schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare link mäßig glaube ich brauche heute nicht darauf zu eigen darauf einzugehen und die separaten spcs weiß ich auch nicht wir gucken uns mal gerade die eine lösung an für den 86 gerateten squad der anscheinend 190.000 münzen kostet was daran liegen könnte dass jetzt der preis an hochgegangen ist wegen dem code von der ultimativen team of the season spc das 86 geratete squads nicht mehr so 130.000 münzen kostet sondern 190.000 das wäre natürlich bitter aber sonst wenn wir uns das immer gerade anschauen ich weiß ganz genau jungs dass sie natürlich zum beispiel 85er 84er und so weiter im verein habt hier haben wir jetzt sogar mehr als genug teamschämie wir auch nur 50 also 84 85er habt ihr hier und da im verein habt einen high rated spieler den ich brauche zum beispiel in alles von und co insofern schwierig diesen 86er gerateten squad zu bilden wird das definitiv auch nichts und supremo spc ich meine 83er gerateten squad der ist schnell fertig klar wir brauchen 80 teamschämie der ist aber an sich ready to go quasi for free habt ihr im verein die 40k ja 126 k für la furia roja 85er greater squad und dann wie gesagt der 86er gerateten squad was denke ich müsste ausgeben so knapp 200.000 250.000 wenn ihr gar nichts im verein habt denke ich gehe davon aus dass hier 83er auf jeden fall bei euch im verein steckt dann müsst ihr eigentlich nur noch diese beiden sport wenn ich es hinlegen für knapp unter ja ich denke mal unter 200k ich denke mal unter zwei unter 200k weil ihr wahrscheinlich die team auch des seasons jeweils bei euch im verein habt wir können uns aber gerade beispielsweise noch den 86er gerateten squad mit dem team auf das hießen anschauen und wie gesagt da gibt es so viele zum beispiel diesen aber ja für 50.000 40.000 je noch konsole hat die jungs ihr habt ihr so aufgezogen wenn jetzt die deluxe team of the season spc gemacht habt ihr könnt sie sogar auch noch machen benutzt da ein high rated team of the season draus und wie gesagt das auf jeden fall dazu zu der david silver spc ich finde es schade dass die ultimative team of the season spc nicht heute schon rausgekommen ist mal schauen ob es morgen der fall ist ich hoffe da seid ihr wieder am schlimmsten am start zum beispiel auch bei twitch im stream ja und tatsächlich war es das für heute ja mehr kann ich euch leider nicht bieten ich habe auch kann ich leider auch keine neuen informationen in bezug auf das summer heat festival bieten auch da hätte ich gerne ein video heute noch zugemacht aber bis jetzt können wir da nur mutmaßen vielleicht kommen da die tage wenn da mehr informationen rauskommen noch mal ein separater upload zu schreibt es mir gerne in die kommentare wenn ihr das ganze so sehen wollt und insofern ja meiner Meinung nach zwei top spc karten david silver und david silver premium spc wenn ihr bock habt auf die karte wenn euch die drei sterne weakfoot nicht nerven dann auf jeden fall abschließen als city fan premier league fan spanien fan sowieso abschließen und so viel negatives finde ich hier gar nicht bei der spc wenn ihr negative sachen findet schreibt mir gerne in die kommentare aber gerne auch positive sachen eure meinung interessiert mich und damit reingehauen bis zum nächsten squad building challenge bis zum nächsten video oder zum nächsten live stream euer flo von archie gaming ciao leute